Ich renne einfach rein und dann lenke ich die ab und dann schiezt sie nach links. 3, 2, 1, los! Oh, lol! Ohhhh! Ohhhh! Ich will doch vorbei rennen! Egal, du hast ihn bekommen, ne? Ohhhh! Ohhhh! Ein Schuss! Bricks gebraucht, alter! Ich hab den fast bekommen, man! Tschüss! Ich wusste sogar, ja! Ach, scheiß Schock dann! Er hat vor mir gedrückt. Das war so, der, der als erstes gedrückt hat, hätte gewonnen. Er hat zuerst gedrückt. Irgendwie war auf einmal hinter uns, ja? Ja, wir wussten ja, dass er hinter uns... Ich hab sofort die Gegner gesehen und dann hab ich einfach geschossen. Okay.